Aber gehen wir nicht raus, weisst du? Nein, nein. Mike? Jetzt gehen wir in die Klappe. Ja, ich würde sagen, es wäre langsam Zeit, um ins Bett zu gehen. So gemütlich, vielleicht mal die Schuhe ausziehen. Aber bei mir wieder anlegen, tust du mir meine Binde, oder? Das mache ich sehr gerne. Ich tue mal die Decke ein wenig weg. Willst du von dieser Seite einsteigen? Das ist immer meine Seite, das mache ich etwas anders. Das ist deine Seite, ja. Was hast du für ein kleines Wuckel bis jetzt in dieser Sendung gehabt? Da hast du ja keinen Platz. Ich würde es eigentlich gar nicht abdecken. Hä? Ich würde es gar nicht abdecken. Wenn schon, dann schon, oder? So. Ach. Ja, äh... Hey, es war deine Idee, nicht meine, gell? Jetzt musst du nicht anfangen. Aber gehen wir nicht raus, weisst du? Nein, nein. Das ist gar nicht so schlecht, gell? Nein, es ist wirklich... Also, du bist ein toller Bettnacht. Also, ich bin schon im Engel im Gushetwagen beschissener auf Berlin gefahren. In der nächsten Saison. Ich merke, ich bin jemand, der mich in der Nacht so gegen die zwei, drei kalt ist. Und das wird mir jetzt garantiert nicht passieren. Nein. Nein, da wachst du backnass auf. Und denkst du, wo bin ich da hingeraten? Ja, ich versuche, wo bin ich... ..